Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die drei machen wir heißen Die drei machen wir heißen Genau, die machen wir heiß Fass schon Ich probiere ein Ding mal Einen Kirwe Einen Kirwe-Kuchen? Das dauert nicht so furchtbar lange Käsekuchen Käsekuchen spielen wir nur ein Aber der Käsekuchen ist auch ziemlich heftig Ich weiß nicht Ach, ich spiele ihn ein Das sind eigentlich die absurdesten Nahrungs-Hitli, die ich gehört habe Echt? Wenn du noch feststellst, dass das Intro aus Mutterkuchen Deklariert Das habe ich schon gesagt Ja, aber irgendwo kenne ich Die Band ist kreativ Das war mein erster Gedanke Als ich das lesen habe Dass man bescheuert als Titel hat Das ist ja normal Das ist echt mal kreativ Das ist was anderes Das ist jetzt Ja, das war mein erster Gedanke Das war mein erster Gedanke Das war dein Ziel Das war mein erster Gedanke Die Deutschen So. Ich fahr den jetzt auch runter. Na klar. So, jetzt haben wir mal Schlagzeug. Lacht er schon, der Kerl? Genau. Du hast recht. Ja, Schleffer kreuz. Top 2. Welchen magst du denn immer machen? Einen Kerberkuchen oder einen Streiselkuchen? Dann machen wir den gleich, ok? Das ist der letzte Song, wenn ich vorstehen... Ja, ok. Ja, magst du gleich aufhören? Vier Klicks vor, ok. Kannst haben. Ok, dann geht's jetzt los. Und, bitte! Ö viendo den beiden filmen. Hatten wir. Oder? Ja, genau. Okay, wir sehen uns wieder, da wir uns wiedersehen. Och bin ich wieder. Oh, das ist mal. ARR tête! Schleffer! Ich bin gar nicht so schnell. Ich bin gar nicht so schnell. Das war nicht so schnell. Ich bin gar nicht so schnell. Und genau. Ich bin gar nicht so schnell. Das war's für heute. Das ist das Killing in the Name of von Rage Against the Machine. Also, ich wollte noch mal was klarstellen. Alles ist ein Schiff, alle trinken Bier und alles ist fröhlich. Und alles ist gut. Yes! Kiss es! Noch einen Cut? Cut!